Die Fahrt ist sehr gut, dass sie sich nicht mehr fährt. Die Fahrt ist sehr gut. Wenn ich nicht langsamer fahre, dann bekomme ich aus dem Urbeier die mit meinen eigenen Test-Best-Best-Best-Best-Best-Best-Best-Best-Best-Best-Best-Best-Best-Best-Best-Best. Die Fahrt ist sehr gut. D.C. Die Fahrt ist sehr gut, dass sie nicht mehr fahren. Sie ist sehr gut, dass sie nicht mehr fahren. Sie sind nicht mehr so weit. Sie sind nicht mehr so weit, dass sie nicht mehr auf dem Weg fahren. Die Leute, Matar hat dieses Jahr schon einmal gewonnen in Sturmbach, heute startet der Haus der ersten Reihe, und zwar direkt neben dem zweiten Punkt, da gibt es das Ergebnis. Ich habe einen Tag pro Tag, da haben wir uns in den Raum schon aufgeschlossen, heute kann ich mir verlassen, das ist ja schon heute. Und dann wird er weiter durch. Ja, ich schlafe die Pfade, das ist häufig. Ich schlafe die Umarmung, die sind nicht konzentrieren. Olli, und bitte. Ich habe zwar aufgeregt, hier stehen auch das Vorsitzende in der Lärmung gewesen, und mittlerweile hat noch die Autoserie rausgestattet mit den Einheitsreifen, und wir können nur eine positive Ruvianz ziehen bleiben. Wegen groß, wegen groß, wegen groß, wegen groß, die DTF war gut, die ist noch besser geworden, aber die neuen Autos sind eher faszinierend und neu geworden. Durch die Einheitsbauteile auch in der Performance sehr interessant. Es war immer eine Spaß umzuschauen, und ich bin also wirklich fester von der Zeit, dass die Entscheidungen getroffen worden sind, mit der neuen Regulierung, ja, wirklich die Entscheidungen machen. Ich bin ja auch dort, dass wir hier auch im Winterhersteller dabei sind. Ja, wir sind nicht ohne Fässer. Und Ralf Schumacher, der im Warband gezeigt hat, muss ich dafür, der ist im Rettungsstelle, so wie Arno Tomé. Es geht weiter mit der Reihe 8 und der Reihe 9, Entschuldigung, der Ralf Schumacher. Ganz genau so ist es, der hat noch länger gut gemacht. Genau, der war der Hälte-Meister, Roberto Meri. Und das ist momentan die Situation. Der gute Wettbewerb im Geri Peffe zwar relativ weit vorne, aber wenn es ähnlich gut und schwiegt... Philippe Albuquerque auch eben gelingt es immer öfter, den blauen TV-Nuvie A5 weit nach vorne zu platzieren. Jetzt ist es Reihe 3. Heißt also nach Adam Wieselund, dass Nummer 2 vor ihm steht. Nämlich er hier, sein Teamkollege Eduardo Mortara. Wir haben ja Arno Zensen bereits gehört. Fürs Team Rosberg ist das eine absolut mega brillante Ausgangsposition. Die beste, die Sie hier hatten. Und Sie wollen den einen oder anderen von Ihrem Fahrrad befinden? Richtig. Zätepläne Untertitelung des ZDF, 2020